Zwei typische Merkmale dafür, dass eine Wartung notwendig ist, sind zum einen der Griff, der sich nicht mehr ganz in eine senkrechte Verschlussposition bringen lässt, und zum anderen eine auffallend ungleichmäßige Falzluft. In diesem Fall muss der Flügel auf der Griffseite angehoben werden. Dies erfolgt über den Achserarm. Hier bewirkt die Drehung an der Einstellschraube am Achserarm ein Anheben des Flügels auf der Griffseite. Nach jedem Einstellzyklus ist eine Funktionsprüfung durchzuführen. Ein weiteres Merkmal ist das gleichmäßige Absinken des Flügels. Die Falzluft ist oben gleichmäßig deutlich höher als unten. Das Fenster schleift im unteren Falzbereich. Außerdem macht sich auch dieses Problem am Griff bemerkbar. Er kann nicht mehr komplett in die senkrechte Verschlussstellung gebracht werden. Abhilfe verschafft das Anheben des Fensters am Ecklager. Zusätzliche Einstellmöglichkeiten bietet das Eckband auch in waagerechter Richtung. Anschließend muss wieder eine Funktionsprüfung durchgeführt werden. Die Falzluft ist jetzt rundherum weitgehend gleichmäßig. Eine weitere Einstellmöglichkeit bietet der rahmenseitige Teil der Niveauschaltsperre. Um den Komfort des Fensters zu erhalten und die Anforderungen der Dichtigkeit zu gewährleisten, kann ein Blatttest durchgeführt werden. Man versucht bei diesem Test ein Stück Papier vom Innenraum aus unter der innenliegenden Dichtung in den Falzbereich zu schieben. Ist dieses Einschieben möglich, kann der Anpressdruck über die Exzenter-Zapfen eingestellt werden. Den Exzenter-Zapfen kann man um 360 Grad drehen. Eine 90 Grad Drehung des Zapfens zum Stock hin hat weniger Anpressdruck zur Folge. Eine 90 Grad Drehung vom Stock weg bewirkt einen höheren Anpressdruck. Führen Sie erneut den Blatttest durch und justieren Sie nach, wenn Bedienkraft und Anpressdruck noch nicht stimmen. Die Beschläge müssen einmal pro Jahr laut Servicepass geölt und gefettet werden. Benutzen Sie dazu ausschließlich Öl und Fett aus dem Josco Shop und keinesfalls andere Schmiermittel. Befreien Sie alle Schließzapfen und Ecklager vor der Anwendung mit einem trockenen Tuch von Schmutz- und Fettrückständen. Fetten Sie das Ecklager und füllen Sie die patentierten Fettdepots wieder auf. Schließen und öffnen Sie das Fenster kurz, um das Fett zu verteilen. Überschüssiges Fett erneut verteilen und noch einmal schließen und öffnen. Fetten Sie anschließend alle Getriebestangen der Schließzapfen des Flügels mit dem Sprühdosierer. Nachdem das Ölen erfolgt ist, führen Sie eine Funktionsprüfung durch. Am Achserarm ist der Vorgang der gleiche wie beim Ecklager zu Beginn. Nachdem der sich die Zeit über Gue bevor steht in Folgebung, die wir wollen, aber man untertab Lead kap fled und öffnen kann ab. Im Grunde auch noch Lou san. Anschlussenden Er somT iconic verfahren mit leva getrennt werden, wir setzen einulfild ... Wisstern auf einem liegt Chandler und den Fettel Und Barsch zu werden. Das Konzentri Am Groß employees sind ja nun einmaligdom. Ebenso sind die Schließteile rahmenseitig an der Verschlusskante mit dem Spezialfett zu warten. Die Wartung sollte im Jahresrhythmus erfolgen oder immer dann, wenn Sie Bedarf am Fenster bemerken. Alle im Video gezeigten Anweisungen können Sie auch noch einmal detailliert im Josco Service Pass nachlesen. Gerne übernehmen auch wir diese Arbeiten für Sie. Fragen Sie ganz einfach Ihren Josco-Berater nach einem Wartungsvertrag. So haben Sie lange Freude an Ihrem Fenster.